Und dann futten wir mal noch das. Ne, wir gehen jetzt nochmal auf. Auf hier. Ne, so. Türet, so. Hack, hack, hack. Wäsch damit. Oh, das ging ja easy. Kann ich den auch hacken? Ne, der ist nur zu zirrter da. Okay. Immer schön auf der Hut bleiben. Oh, da ist was, da ist was, da ist was. Habe ich schon mal probiert zu töten, glaube ich. Oh, das ist schnell. Alter, ist das schnell. Ich habe erst ein Hit gelandet. Oh, ja. Öl. Okay. We made it. Geh mal weiter hier. Mir ist schon wieder kalt. Hallo, es ist... Die Sonne scheint. Kann gar nicht sein. Was ist das? Erst will ich da nochmal gucken. Eine schöne Lagune. Da ist ja auch Tierchen drin. Hallo. Auftauchen. Der geht unter. Okay. Habe mal kurz hier einen Schiss gelassen. Das sind Ruinen. Die haben mich eigentlich interessiert. Das ist interessant. Da gab es wohl eine Zivilisation von mir. Wir sind gerade schon recht weit weg von meinem Zuhause. Da hinten ist irgendwas. Das ist eine Ente. Au. Wir müssen ja einfach hier am Wasser entlang. Das ist ja ganz easy. Ich hätte gerne gewusst, was das da hinten ist. Gehen wir mal erkunden. Ich laufe jetzt mal wieder nach Hause. Ich würde gerne von euch wissen, wie ich am meisten Level machen kann. Ich muss ja irgendwie leveln. Hallo, passe ich da nicht durch? Ich bin zu fett. Boah, da ist noch so ein Ding. Kannst du noch mehr? Nein. Ich will noch mal so ein Ding hauen. Die Viecher sind verdammt schnell. Ja. Silizium-Perle. Nein, ich entdecke hier lauter neues Zeug. Aber da oben könnte man geil bauen. Schön über dem Wasser. Sollten wir mal gucken, ob wir da hochkommen. Da hättest du einen geilen Spot zum Bauen. Da passe ich auch wieder nicht durch. Mann, Mann, Mann. Bin ich fett. Ah, Shift war Sprinten. Ah, Shift war Sprinten. So ein anderes Ding. Also lauter Dinger hier. Ah, ich geh gleich wieder zum Feuer. Alles gut. Da haben wir immer so eine Panik. Hallo, geh rein da. Das war aber ein Riesenjump hier. Holzkohle haben wir drin. Okay. Oh. Kann man mit der Holzkohle nicht... nicht brennen? Wann ich diese Narko-Beeren... Ah, ne, da musst du, glaube ich, erst so ein Typi hauen. Und dann kannst du den wiederbeleben. Mit den Narko-Beeren. Okay. Fasern haben wir viele. Ich lasse das mal gerade im Inventar. Und guck mal. Wann wir da nicht... Ah, ich krieg keine XP. Warum krieg ich keine XP? Und hier heute... Haben wir noch mal eine. Okay. Öl. Okay, um Treibstoff zu gewinnen. Was kann ich denn hier alles machen? Menschliche Fäkalien. Erstmal die Narko-Beeren, weil die werden gleich schlecht. Ähm... Ich sag vielleicht... Das Feuerchen wieder anzünden. Ne, nicht alles. Kann ich das nicht mit der Holzkohle machen? Oh, ja, entzünden. Jawohl. Nein! Jetzt sind die Narko-Beeren schon. Nein, nicht alle. Und Fleisch wollte ich essen. Und mein Fleisch war nämlich ganz unten. Ist gut, das regeneriert sich jetzt. Wie bekomme ich die verdammten XP dazu? Oh, ich hab gar nicht so viel gegessen. Das ist nicht gut. Haben wir hier noch was zu essen drin? Ja. Ah, Azul-Beeren. Oh, jetzt geht hier auch mein Essen wieder mal oben. Also morgen, nach dem Schlafen, werden wir mal da hinten, den Einfelsen auskundschaften. Ähm... Sollten wir noch mal so'n Sperr machen? Und das rein? Soll ich nicht mehr? Was ist das denn? Und das Inventar. Körger? entgegert nur noch wir müssen da noch mal ein bisschen was essen ja kann hier noch ein bisschen was killen was machen wir denn dass wir mehr tragen können oder 10 punkte einfaches bett strohdach schuhe stoffhandschuhe das könnte man alles drei machen mit damals richtig ist was wichtig ist machen lagerfeuer habe ich nicht gelernt ach so doch die hellen habe ich schon gelernt und die dunklen nicht jetzt narkosemittel stand fackel schräges strohdach holzfundament können wir uns eine holzhütte bauen aber ich sag erstmal was wichtiges und was wichtiges ist eigentlich die begleitung weil ohne begleitung ist bisschen doof wir haben sowieso noch nacht so jetzt gucken wir mal einen hut können wir herstellen hier heute hallo so dann wird uns schon gleich weniger warm äh weniger kalt handschuhe haben wir noch äh handschuhe so so wir sind schon ein bisschen besser equipt glaube ich ja bandana auf dem kopf das ist das ich das 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 Vielen Dank.